Die Grabschen wohl gern. Das nennt man Zuneigung. Du hast mir bei unserer ersten Begegnung im Kreißsaal nur die Hand geschüttelt. Das hätte ich sonst tun sollen, wir kannten uns nicht. Die Commude des Jahres mit Robert De Niro. Hoffen wir, dass dieses Wochenende nichts wegkommt. Solche Leute beschuldigen gern Einwanderer. Und dann kam Dad. Entspann dich einfach. Ich bin entspannt. Ich hab Sandalen an. Am 25. Mai im Kino.